Waffen! Nein! Nein! Hör dir nach! Boomer? Okay, vom Boomer vom Dach aus vielleicht. Hier raus. Warte mal los, bitte. Mhm. Willst du hier zu mir kommen oder willst du da hinten angreifen? Du kannst nur da hinten, ne? Kann ich da rüberspringen? Ja, klar. Du kannst auch hier auf das Ding erst und dann... Ich bring sie dir eventuell mit dem Charger. Ja, lass sie ruhig da drin. Da müsste ich vermassern kurz noch. Hier gibt's Tapp! Boomer, könntest du vielleicht Go machen jetzt? Naja, okay. Das ist wirklich gut von mir aus heute. Nicht schlimm. Alles gut. Aber du könntest ihn in den Raum spitten oder so? Ach, das ist... Die haben die Tür zugemacht, Hanli. Ja. Aber die kann man ja kaputt kratzen, oder? Wie war das? Hm. Ach, kann man. Aber die gucken gerade auf die Tür weiter. Ja. Wir müssen Mono besiegen, das geht nicht. Okay, Alex, warte mit dem Smaug. Wieso ich bin? Im Boden? Hier zwischen den Elkerys? Ja. Hm. Wenn die da oben am Event langlaufen, dann kannst du hier einen runterziehen. Wenn sie hinter den Elkerys spawnen, dann ziehst du einen runter von da. Wo sie da reingehen. Okay. Oh, setz auf, Bill! Äh, Robboos, mach das. Man greift bei uns mit hier an, mit Alex. Ah, Jack, du könntest auf das Rohr hier spucken. Guck mal hier dieses Rohr. Wenn sie reingehen wollen, spuckst du vorher aufs Rohr. Okay. Ich kann oben versuchen, nach runter zu werden, aber gleich runter gehen. Warte mal, was sie so machen. Ja, mach mal mit dem Jockey-Go. Ach, komm, ich spitzest zwischen uns mit der Landtreppe an. Ich bin ja verfehlt. Ja, ja, egal, egal, versuch's noch mal, versuch's noch mal. Oh, da ist es mal. Jetzt kommen sie definitiv weiter. Und du kannst da in den Raum gehen zu denen? Bisschen näher ran, dass du da in deinen Raum reinspucken kannst. Ja, Moment, Moment. Oh! Ich wusste nicht, dass ich da runtergehe. Okay! Varja ausstarten? Ja, das ist gut. Jetzt ist es zu spät eigentlich. Und sie ist übel aus, aber wir kriegen die schon wieder aufrufen. Ja, das war krise. Ja, das war krise. Ja, das war krise. Ja, das war krise. Okay, ja, ihr musst den Roco machen. Hier runter. Da ist eine noch ein. Ja, wenn du den letzten kriegst, das wäre super. Ja, wenn du den letzten kriegst, das wäre super. Smoker? So, super super super. Ach, jetzt möchte ich den Eis. Ist okay, das ist gut, das ist gut. Ich hab's doch, du hast einen. Ja. Ja, lol. Hm, wie bitte? Ja, mit dem Bohrbombst du ankern. Du bist der Wichtigste quasi. Ja, jetzt ist es gut, vielleicht kriegst du noch einen. Ja, schön. Ich hab alle gekriegt, sehr schön. Ich meine, an der richtigen Stelle sterben. Wenn man anfängt. Das ist ja auch, das ist ja wie eine Bombe, das Viech. Ja. Ich hab einen Charger. Ja, warte, warte, warte. Okay. Kann auch gleich wieder. Komm mal hier zu mir in den Gang. Okay. Einst Stück weit da vorne. Oh. Hier vielleicht so raus oder so. Okay. Nicht aus dem Raum raus, lass sie, lass sie ruhig hier in den Gang. Moment. Ich muss mich verarzten! Den Ganglang-Charger ist nicht so gut. whoa noooye. Spawn muss bei mir hier innen. Okay, das Def Cremium-A was nicht aus dem Raum raus. Doch, doch, aus dem geht schon. Skorographer, spawn gleich. Ja, spawn. Spawn! 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 So, Robbo ist. Wenn du mit dem Hunter hinsetzt, dann kannst du ihn anspringen, dann kann er sich nicht wehren. Mit Steuerung hinsetzen, oder? Mit Steuerung, ja. Dauern ein bisschen und dann kannst du ihn anspringen. Was macht das effektiver? Ja, ich war mir grad nicht so ganz sicher, was ich machen soll. Ich hätte viel Boom gemacht. Soll ich hier Boom? Hier vielleicht. Okay. Ach, ich bin zu nahe dran. Aber jetzt geht's noch. Ja. Spuck mal da rein. Spawn. Spawn? Ja. Spawn da rein. Ja, sehr gut. Spawn. Boah. Komm, die letzten. Die letzten, Uli. Die letzten. Ja. Spawn. 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 Spawn.